Da geht's also durchschlank. Was willst du denn für ändern? Okay. So, er ist wieder raus. Oh, dass die mich alle hier rumschieben müssen. Mann, ich bin der Held. Ich schieb hier keiner rum. Oh, leg mich. Was ist das denn mal für ein Teil, was da durch die Gegend fliegt? So. Ach genau, ich wollte den Episcan pflanzen. Nein. Wo ist dieser blöde Baum gewesen? Ach, ich glaub... Oh. Man kann also natürlich auch ins Wasser fallen. Natürlich. devil läufvlofl saf irgendwo rum laufen egal ob es richtig in Sohn nicht guta komm's 넣고 okey soo schaut mir immer einer was was das mal für n Dinge ist kann ich abschießen? das so nervt ja Stell ich dir lang? Ne Ich frag mal die Oma Vielleicht weiß die was Okay Alles klar Weiß Bescheid Hier ist der noch ein Baum Okay Ah Scheiße, der Baum steht hier immer noch Kacke Na gut, dann versuche ich halt den Kern bei der Königin Abzugeben Hier ist ja was wertvolles Oh man Wo war jetzt denn sein Komisches Beet Ah Oh, mach mal Ach Ich glaube ich Verstehe das langsam In der Zukunft Natürlich ist das Natürlich dann wieder Größer und gewachsen Und Ja Verstehe So als jetzt wieder in die Vergangenheit Oh, hier kann ich ja noch runter Boah Ja Metzeln Oh, ein Herz Oh man ey Oh Wieder mal einer Rubin Der aus einer Pflanze gewachsen ist Ich sollte auch gerade jeden und gucken, ob ich da Pflanzen herkriege Äh, Rubine Sooo Hier gucke ich an Alles klar Okay Ach, schau mal die Geschwindigkeit hier ein bisschen Kann ja wahr sein Kann ich hier eigentlich auch runter? Ah, perfekt Das weiß ich nur nicht Was ich machen soll Egal So Oh, ein bisschen sterner Zur Turm So Mal ein bisschen Speed rein Ich will hier rein, man Oh man Ja Yeah Eine Schaufel Pau Und schon habe ich Freiraum Pau 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 Geil Zack Zack Jetzt komme ich Oh man Ah, jetzt kann ich auch draußen Draußen war doch was Was ich mir doch hoffe, wie ich zu weg machen kann Oh, das Satzcontainer zum Beispiel Juhu Geil So, weiter Ich werde noch mehr Irgendwo Jetzt gehe ich nicht weg So, hier war aber irgendwo eine Höhle Hab ich gesehen Ja, nicht, dass ich ein paar Mal ins Wasserfalle Da ist eine Höhle Und da ist ein Weg Schade Da komme ich auch nicht lang Na, gucken wir mal in die Höhle Marko Passage Okay, irgendwas hab ich da geschoben Scheiße Welche Seite schieben müssen, oder? Jo Ja, hier sind wieder Gegner Ich glaube, das ist Deko So Wow, du Fucking Fledermaus Oh yeah Schleimis Juhu Oh Oh Verdammt In Höhlen sollte man Kein Speed anmachen Speed Ach, scheiße So Lauf, 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 lauf Na Oh, natürlich Okay, was ist das hier? Okay, das ist nichts So, jetzt Boah, eine Kiste Und ich fall natürlich wieder ins Loch Ich bin tot, bevor ich da ankomme Oh man Komm schon Du kannst doch springen Warum springst du nicht? Natürlich Lässt sich von der Seite nicht öffnen Badadadad Eine Schüssel Oh So Nein Na gut Paff Oh Ich hasse Rätsel So, ich muss da hinkommen Okay Okay Ich muss auf die andere Seite kommen Okay, passt nicht Ist auch nicht Oder soll ich das auf das Ding draufschieben? Ne Auch nicht Oh Leute Ah Ah Ja, okay Oh, Skletter Die genauso stark sind Wie die in Ocarina of Time Wo du Echt schwerlich An denen vorbei Wegrennen kannst Wieso kann ich die immer nur in der Richtung drücken Ist doch bescheuert So, weiter geht's Einfach mal in Steinbeck schümmen, gehen die Türen auf Natürlich Nein Lass es in Ruhe Die kleinen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Die Kузner W antis Vielen Dank.